Ich grüße euch, ihr hübschen Menschen. Wir reden heute über die Geschichte des Anzugs, fangen an mit Silhouetten und Farben oder anders gesagt, warum Schuhe mit hohem Absatz, Rosa und Strumpfhosen eigentlich verdammt männlich sind. Aber lasst uns erstmal einen Schritt zurück machen und über die Geschichte der Silhouetten sprechen. Wir fangen erstmal ganz links an mit einer Abbildung aus dem Kodex Manesse, der Heidelberger Liederhandschrift aus dem Hochmittelalter. Und man sieht hier so, die Herrenmode ist erstmal kaum zu unterscheiden, zumindest aus moderner Sicht von der Damenmode. Man trägt hier eine fast kleidähnliche Tunika. Es ist alles entweder weit und dann gegürtet oder eng, wie jetzt beispielsweise die Beinlinge oder die Unterarme. Aber aktiv wird hier an dieser Stelle der Körper durch die Kleidung noch nicht geformt. Das startet erst so gegen Ende des Mittelalters. Hier zumindest schon mal mit so puffigen Ärmeln und in gewissem Maße auch mit dem Torso, der hier, ja, wobei aber auch eigentlich hauptsächlich gegürtet ist, also weit geschnitten und dann gegürtet. Auch hier immer noch die sehr engen Beinlinge, die man auch heutzutage gerne als Strumpfhosen missverstehen könnte. Vielleicht kennt ihr Helden in Strumpfhosen. In der frühen Neuzeit, also das ist das Bild hier in der Mitte, wird es dann nochmal ein bisschen interessanter. Wir haben immer noch das sehr enge Beinkleid, darüber eine Heerpauke, so heißt diese sehr, sehr kurze Hose, also sehr, sehr kurz, quasi die neuzeitlichen Hotpants kann man sagen. Und zwar als zerhauenes, das bedeutet, dass hier angelehnt an die Landsknechtsmode im Prinzip so ja offengeschnittene Streifen über einer zweiten Lage Stoff sind. Was ja auch ganz interessant ist, die Schamkapsel, auch also eins der Elemente, die jetzt hier ein bisschen auch aktiver geformt sind in der Form. Und es ja, es ist tatsächlich so ein bisschen Männlichkeitssymbol. So richtig interessant, jetzt auch im Sinne der klassischen Herrenmode, wird es dann hier 1666. Charles II. erfindet hier praktisch den dreiteiligen Anzug, wie wir ihn auch heute kennen, also weniger Anzug, sondern vor allem Dreiteile, also sprich mehrere Teile aus demselben Stoff. Zugegeben, man sieht das dritte Teil hier gar nicht, weil die Idee, die er hatte, sehr, sehr kurzlebig war. Die kam so ein bisschen als Gegenbewegung, als Gegenidee zu dem ganzen Pomp aus Frankreich, hat sich aber erstmal nicht durchgesetzt, weil die, ja, ich sag mal so, die Gesellschaft auch und da auch der Adel noch nicht bereit war für dieses Understatement in der Mode. Das kam dann erst deutlich später im 18. Jahrhundert, wo es sich zunächst im militärischen Rahmen durchgesetzt hat, ja eben Anzüge im Sinne von Sets, von Kleidungsstücken aus demselben Material zu tragen. Ganz wichtig zu erwähnen ist auch noch hier, falls man es nicht sieht, dass das eine Kniebundhose ist. In allen Abbildungen hier auf der Seite ist das Beinkleid ja nun mal sehr eng. Das ändert sich jetzt, Ende des 18. Jahrhunderts, wenn auch erstmal quasi in den unteren Klassen. Kein Wunder, dass die Sans-Culottes nach der Tatsache benannt sind, dass sie eben keine Kniebundhose getragen haben, sondern eben eine lange, eher weitere Hose. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kommt dann Bo Brommel ins Spiel, über den ich in einem anderen Video nochmal ein bisschen mehr erzählen werde. Und das Phänomen der Dandys, die ganz extrem bestimmte Farbcodes und Elemente der klassischen Herrenmode prägen, wie beispielsweise auch die frühe Form der Krawatte. Mitte des 19. Jahrhunderts, also im viktorianischen Zeitalter, im frühen viktorianischen Zeitalter, wird dann eine starke Talierung sehr populär mit der sogenannten Taubenbrust, also mit einem Frack, der sehr stark geformt ist im Brustbereich. Man spricht eben von Taubenbrust, weil es so ein bisschen an die sehr, sehr prominente Brust von Tauben erinnert. Einige Jahre später, dann eigentlich eher so aus einer Gegenbewegung heraus, kommt dann der Anzug auf, so wie wir ihn heute kennen. Damals noch explizit als Freizeitkleidung, also besonders bequem, deswegen auch gerade geschnitten und auch deswegen als Sexsuit bekannt, woher auch das Wort Sakuja kommt. Und ja, mittlerweile sind wir eben bei einer wieder etwas körperbetonteren Variante dieses Sexsuits, der sehr gerade geschnitten war, weil es eben auf Bequemlichkeit ankam. Und weil der Sexsuit eben der Startschuss für den Anzug ist, wie wir ihn heute kennen, gucken wir uns den nochmal ein bisschen genauer an. Ich habe ja schon gesagt, dass der Sexsuit heißt, weil er so gerade geschnitten war, wie ein Sack. Und zeitgleich existierte als formelle Garderobe eben noch der Frack und der Cut, also etwas längere Jacken sozusagen, die auch deutlich körperbetonter waren, die witzigerweise auch hier noch eine Taillenaht haben, die es eben ermöglicht, besonders die Taille stark zu betonen. Auch die Rückenkonstruktion hier ist deutlich raffinierter als die des Sexsuits, des Jacketts, wie wir es auch heute kennen. Und wie das aber so ist, hat sich das informelle Kleidungsstück, also der Sexsuit, irgendwann durchgesetzt. Und um trotzdem nicht immer wie in einem Sack gehüllt auszusehen, hat man sich dann überlegt, wie man ihn dann doch wenigstens ein bisschen körperbetonter hinbekommt. Eine der ersten Ideen, die dazu genutzt wurde, ist eine sogenannte Gürtung. Das gibt es auch quasi festgenäht, aber hier ist es locker, sodass man schlicht und ergreifend im Rückenbereich einen Gürtel integriert, der das Ganze, obwohl in dem Fall sogar das Rückenteil ein Stück ist, normalerweise hat man noch eine Naht in der Mitte und das besteht aus zwei Teilen, hier ein Stück. Um das wenigstens noch so ein bisschen zu taillieren, wird dann ein Gürtel eingenäht, der das Ganze eben rafft und wenigstens die Taille nochmal ein bisschen herbetont. Und dann, das hier ist ein Anzug von mir, ein Maßanzug von Sebastian Hofs, der hergestellt ist gemäß eines Schneiderhandbuchs von 1920 aus Deutschland, wo man auch eine ganz besondere Sache sieht, nämlich, dass auch die Front deutlich körperbetonter ist, also auch die Brust so ein bisschen betont wird und so weiter. Und das ist in dem Fall umgesetzt mit der sogenannten Dressur, denn Wollstoff lässt sich mit Feuchtigkeit, Hitze und Druck verformen, dauerhaft verformen. Und das macht man heutzutage nicht mehr, weil das vergleichsweise aufwendig ist und das in so Massenproduktionsstrecken eher unpraktisch wäre. Heute behilft man sich damit abnähern, also da wird einfach ein Stück Stoff quasi weggekniffen und einmal abgenäht, sodass man eben hier oben im Brustbereich sozusagen nochmal so ein bisschen mehr Weite bekommt, dass die Brust männlich ausgeformt ist. Und das hat man damals eben etwas aufwendiger mit einer Dressur gemacht, hat dadurch aber auf die Abnäher verzichten können, was witzigerweise für das Muster, also wenn der Stoff in Muster hat, immer besser ist, weil dadurch eben das Muster nicht irgendwie unterbrochen oder sowas wird. So, kommen wir zum Thema Farben. Hier ganz links nochmal eine Abbildung aus dem Kodex Manesse, aus der Heidelberger Liederhandschrift, aus dem Hochmittelalter. Ja, zu dieser Zeit muss man sagen, erstmal das Mittelalter ist nicht so grau und braun gewesen, wie das Film und Fernsehen heutzutage suggerieren. Es war sehr bunt, insbesondere aber nicht nur in den höheren Klassen der Gesellschaft. Ein knalliges Rot, wie hier, kann man mit Färberkrab auch vergleichsweise preisgünstig färben, auch für die unteren Klassen. Aber selbstverständlich gibt es bestimmte Farben, die vor allem vom Adel getragen wurden, weil sie einfach in der Herstellung teurer waren. Ich denke da zum Beispiel an Purpur, ein Farbstoff, der von der Purpurschnecke gewonnen wird. Und ja, man kann es schon vermuten, sehr aufwendig ist, weil man sehr, sehr viele Schnecken braucht, um da ausreichend Farbstoff rauszukriegen. Kaminrot ist ein anderes Beispiel, auch ein Rotfarbstoff, der ganz besonders aussieht und von Läusen gewonnen wird, dementsprechend auch besonders aufwendig. Dann in der Neuzeit hier ein Beispiel für die pompösen Stickereien, die zu diesem Zeitpunkt sehr populär wurden. Das ist der Hochzeitsanzug von Gustav II. von Schweden. Ja, und bis im frühen 19. Jahrhundert, wo Brummel und die Dandys die britische Mode im Herrenbereich populärer gemacht hat, war eigentlich die Mode am französischen Hofe maßgeblicher und da war im Prinzip alles erlaubt, was gefällt. Und naja, was natürlich auch ein bisschen Status ausdrückt, was ja fancy, würde man heute sagen, aussieht. Insbesondere eben auch rosa. Also rosa war eine absolut männliche Farbe. Diese Distinktion zwischen rosa als vermeintliche Mädchenfarbe und blau als vermeintliche Jungsfarbe ist eine vergleichsweise moderne Assoziation und absolut sozial konstruiert. Also es gibt keinen Grund in der Sache, warum man das heute noch so sehen sollte. Ja, durch das Understatement der britischen Stils Schule wird es dann farblich in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten leider wieder etwas langweilig. Also während Charles II. hier mit seiner, also mit einer Variation des ersten Anzugs im Sinne des Kleidungssets noch immerhin auf ein dunkles Rot gesetzt hat, ist auf jeden Fall mit Bo Brummel Hopfen und Malz verloren. Also dunkle Farben für die Abendgarderobe und sowas setzen sich zu diesem Zeitpunkt durch. Und ganz extrem wird es dann auf jeden Fall Ende des 19. Jahrhunderts, wo sowohl tags als auch abends extrem viel schwarz und grau getragen wird. Auch heute ist es im Prinzip so, dass der Anzug, der noch getragen wird, hauptsächlich ein Businessanzug ist. Und im Business dominieren definitiv auch eher die dunklen, gedeckten Farben, weil man damit natürlich eine gewisse Professionalität ausdrücken möchte. Das Ding ist, ihr habt bestimmt schon mal jemanden sagen hören, früher haben Männer sich noch wie Männer gekleidet. Und die Frage, die ich dann stellen würde, ist, welches früher? Denn das, was für viele, ja auch Herren älteren Semesters irgendwie als normal angesehen wird, dass man eben mit einem Anzug aus der Tür geht und so weiter, das ist sehr beliebig. Denn wenn man auch nur 50 Jahre weiter zurückgeht, dann würde man eben bei G-Rock und Zylinder ankommen. Und wenn man diese Männer dann fragt, warum sie nicht mit G-Rock und Zylinder vor die Tür gehen, dann sagen die, dass ihnen das schon wieder zu viel kostümiert ist, obwohl es Gang und Gäbe war zu diesem Zeitpunkt. Es ist völlig beliebig zu sagen, so hat sich ein Mann gekleidet. Es ist eine Frage der Perspektive. Denn wie ich das eingangs schon gesagt habe, Schuhe mit hohem Absatz, Rosa, Perücken, Strumpfhosen waren zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte ein absolutes Signal für Männlichkeit. Warum auch nicht? Also ich meine, wir wollen alle irgendwie schön aussehen, durch die Absätze größer erscheinen oder wie auch immer, gepflegt aussehen. Und ja, schön aussehen hat kein Geschlecht. Also das wollen wir alle, nicht wahr? Mit diesen starken Worten beende ich dieses Video dann auch wieder. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentarsektion. Ich mache dann irgendwann mal ein Frage-Antwort-Video. Wenn ihr den Hals noch nicht vollbekommen habt, guckt euch gerne eins meiner anderen Videos an. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo da. Das hilft mir extrem. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder zum nächsten Video. Schaukelpferd!